Hallo liebe Leute, Grüße zu Mitz des Tages von Elendika Winter. Heute der Telefonwitz, wenn man dies nun mal weiß. Hallo liebe Leute, Grüße zu Mitz des Tages. Lieber sie jeden Tag, heute der Telefonwitz. Und zwar, ich wollte alle angerufen. Ich stelle jetzt mal nach. Hallo. Und dann melde sich eine Frau und sagt Hallo. Und dann fahre ich sie, was kostet denn einmal anfassen mit Geschlechtsverkehr? Da liegt sie auf. Und dann gibt es eine neue Nutte in den Rädern. Da wollte ich fragen, was sie kostet. Da habe ich sie angerufen und gefragt, was kostet einmal anfassen mit Geschlechtsverkehr? Da hatte ich mich auf der letzten Nummer vertan. In der 6 habe ich eine 5 gewählt. Da hatte ich nur meine Hausschalen dran. Und dann habe ich sie einfach gefragt, was kostet einmal anfassen mit Geschlechtsverkehr? Und dann hat sie einfach aufgelegt. Hatte mich da vertan da. Wollte mal fragen, was das kostet. Und dann habe ich sie echt angerufen, die Nutte. Und dann sagte sie ja, 20 Minuten kostet 50 Euro. Ja, ein bisschen teuer. 30 Euro wäre okay gewesen. Könnte von Air bis Eifel sein, der Witz da. Einfach mal eine Anrufe fragen, was kostet einmal anfassen mit Geschlechtsverkehr? Okay, ich lache in der Ecke vor Lachen. Da habe ich auch meine Ex erzählt da. Okay, tschau, kann man bitte wieder abonnieren.